Guter Einwand, sorry für... Das tut euch wiederum, das war auch so stark war wie am Anfang der Folge. Auf geht's, wir müssen hier... Falls ich nicht mehr lebe, nimm das bloß, Tina. Bitte! Tina war das Enderman-Mädchen, die will was hinterlassen. Was? Wait! Das ist ein Toten von Deinens! What the fuck? Wait! Das war nicht mehr das Billy... Der kann nicht gehen? Dann muss er siebenmal probieren. Billy plus dir war früher der Toten auf Ande... Jetzt ist das neue Billy plus dir von Toten auf Ande... Ich weiß nicht, wie viele Toten von Deinens jetzt hat. Dich muss man siebenmal... Enderman-Mädchen, okay, Leute. Ich hab das Gefühl, jetzt geht richtig die Party ab. Tiss, tss, 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 tss. Warte mal. Flo, ho, 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 ho. Man hört meinen Bauch schmack. Junge... Tss, 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 tss. Ich kann es einfach nicht. Also, aus Beispiel 44. Aber du kannst nicht zweimal das Wort sagen. Also, 4 und 4. Das muss man leider sagen, wenn man das nicht kann, 44 sagen. Aber sorry, ich kann es dir aber nicht sagen. Ich habe das Gefühl, Leute, worauf ich die Worte nicht hier einlässt. Und Leute, für Uwe, für alle, die wir kennen, was wir geschafft haben, könnt euch euer Wurschtel-Prüstier Junge, keine kurze Wärme, bitte. Bitte, bitte. Sonst muss ich anfangen zu weinen. Ich dachte, Apollo. Apollo? Ja, Apollo kannst du noch toppen. Mit Emotionen. Und Omega und und Utopia? Nee. Omega und Apollo waren doch so traurig. Wo ist er? Ach, Dorf. Oh, der hat Erdnoy Rüstel-Prüstel. Erdnoy schwirrt. So trifft man sich, Erdnoy. Geil. Wo ist die Stärker aus Feuer? Du konntest nicht akzeptieren, dass du ein inkompetenter Verlierer bist. Ja, genau, Vox. Der hat... in der Büchse oben drin, Leute. Ist das richtig? Ja. Leute, warum war das rote Partikel? Also kommst du zurück? Um erneut zu verlieren? Nein. Erstmal zieh mal. Und jetzt, wie wäre er dir deiner letzten Wunsch? Leute, ich kapiere, hier im End ist er voll overproport. Guck ihn an! Lass uns deine Seele ein für einmal zu Ende bringen. Wir haben wohl schon gewischt hier. Ultio consumit Ultores Sancti. Vox, stell dich mir. Eins gegen eins, weißt du was? Leute, wir machen das wenn dann richtig. Vox, bist du ready? Hör dazu. Für? Leute, ich wollte das schon ewig machen. Der Remax. Guck mal, Vox. 142 damage. In dein Face. In dein Face 440 damage. Vox. Sorry. Dann trau ich mich. Dann trau ich mich. Boom. Ob Ende oder nicht, Vox. Das ist ein Ende. Entscheide an der Red Hat. Hör mich doch. Boom. Nicht. Hoho. Du kommst nicht aus. Oh mein Gott, was ist denn Face? Ich habe keine Ahnung. Die. Vox, lass uns uns hier zu Ende bringen. Du dich. Wo ist er? Er hat jetzt nichts kaputt gemacht. Krimsch und Treffen mit 140 damage. Wie gut sie ist an Vox. In your face, Vox. Mit deinem Rutschwerke? Ja. Ich glaube, ich habe noch alle 6 Totems. Alle 6 Wohlfühlschte. Hier dann. Das ist in deinen Dingen gelandet. In dein... Komm her. In dein Ba... Hier... In dein Herz. Ist das andere Blödsch. Bitte, ich habe nicht in Luft. Wenn du deine Rakete mit... Mit... Leih... Mach... Er ist Geister vorne. Habt ihr gesehen? Er nutzt das Geister in der Ocke. Ich boxe sie dir nicht. Auf geht's. Mein letzter Steak Raketen. Eins gegen eins. Oh. Oh. Ich hoffe, ich bin ein Baumsch und Lee. Trag dir Milliarden Jahre auf. Es kann nur einen geben. Ähm. Okay. Jetzt kriege ich ein bisschen Angst. Er denkt sich... Was? Wie hat er überlebt? Wie? Denkt er sich. Wo bin ich dir voll mit Kursburg? Ja, keine Ahnung. Tina war so faul. Nee, Tina war nicht so faul. Hello, mother fucker, denkt. Sagt der Oax. Wenn ich hier manche Dinge sagen darf. Die Alten mit... ...viel verrückten Dinge. Mein Gott, das ist episch. ... Es ist dein in der Auge... Doch, muss der sein! Dicker Head in deinem Kopf! Ist doch ein bisschen größer geworden! Ja! 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 Er ist... Äh... Der ist ein bisschen größer geworden! Ich hab' nicht's! Ich fühl dir ungestatt! Mach' nix! No, no, no. Kann Flo was schaffen! Flo, der ist riesig! Ich kenne dich mal backp TED Orgings! Flo, der ist riesig! Achte mal auf ihn. Oh mein Gott, jetzt wird's noch beschritten. Öffne, versuch es zu schließen, versuch es zu schließen. Ich hab Angst. Nee, ich hab's nicht Angst. Oh, ich hab... Noch einen hab ich noch. Ja. Komm, du schädig. Ich vertraue dich mit meinem Leben. Oh, let's go. Wie, nämlich der Berge in Luft. Pause, jetzt geht's nächstes Video ab.